Der Alienangriff Ein UFO, ich warte hier auf den nächsten Flug nach Nevada. Wir müssen uns das unbedingt ansehen, Mann. Haben irgendwas in den News? Nur das übliche Zeug von Wetterballons und so weiter. Aber uns täuschen die nicht. Wo ist Cypher? Der ist schon los. Ein UFO. Naja, in gewisser Weise stimmt es ja. Was ist denn mit dir los, Mann? Was soll dieses wissende Getue? Bist du erleuchtet worden oder sowas? Etwas in der Art. Also viel Spaß in Nevada. Ja, Mann. Bis dann und viel Glück für dich. Hey! Lo, was machst du denn hier? Wahnsinn, Sache, Mann. Ein UFO. Der Alienangriff beginnt. Ja, wo ist es? Wir haben aber uns. Der ist schon los. Was ist denn? Bist du etwas? Also viel? Ja, Mann. Entschuldigen Sie. Ja, was gibt's? Darf ich Ihnen einen Moment Gesellschaft leisten? Sie haben Sorgen, hm? Wissen nicht, wohin mit sich. Sieht man mir das an? Natürlich. Sie haben so einen depressiven Zug um den Mund. Oh, danke. Was ist los mit Ihnen, hm? Moment, Moment. Sagen Sie nichts. Ihre Frau ist Ihnen weggelaufen. Sie sind auf der Flucht vor sich selbst. Der Alkohol hat's nicht mehr gebracht. Da haben Sie sich ein Ticket geschnappt. Sie sind rausgefahren zum Flughafen, mit dem festen Vorsatz, in die erste Maschine zu steigen. Einfach weg. Nur weg, irgendwo hin, egal wo. Aber dann kamen Sie in die Halle. Und es kamen Ihnen Zweifel. Und Sie sahen sich um, suchend und ratlos. Und die Durchsagen klangen hohl und technisch. Und kein bisschen verheißungsvoll. Und Ihnen wurde klar, dass es woanders nicht besser sein, dass Ihre Probleme nicht kleiner sein würden und dass Ihre Frau nicht zurückkommen würde. Und da dachten Sie sich, ich nehme erst mal einen Drink. Na, hab ich recht? Nicht schlecht. Sie sind ein cleverer Bursche. Gerald. Gerald Myers von den Cargo & Tech Services. Peter Wright. Freut mich, Gerald. Darf ich Sie etwas fragen, Gerald? Wenn's Ihnen Spaß macht, bitte. Was trinken Sie da? Ich überlege, ob ich mir auch Sains bestelle. Oh, das überlegen Sie sich besser genau. Das ist Crown's Extra Light Diet Beer. Null Kalorien, null Prozent Alkohol. Hundert Prozent. Geschmack. Schon klar. Genau. Und zwar hundert Prozent Geschmack von Spülwasser. Aber den haben Sie wirklich verdammt gut hingekriegt. Das muss man Ihnen lassen. Wieso trinken Sie es denn dann? Vorschrift. Was? Es ist Vorschrift, das zu trinken? Wer sagt Ihnen das? Nicht das zu trinken, aber etwas Alkoholfreies zu trinken. Ich bin im Dienst, verstehen Sie? Und im Dienst ist Alkohol nicht gestattet. Kommen Sie, ich lade Sie auf einen Drink ein. Nein, nein. Vielen Dank. Zu viel von dem Spülwasser ist nicht gut. Und was anderes darf ich nicht. Na kommen Sie schon. Einen kleinen Schluck? Nein, lassen Sie mal, mein Freund. Ich muss nüchtern bleiben. Darf ich Sie noch etwas anderes fragen? Sie haben wirklich eine gute Menschenkenntnis, Gerald. Wissen Sie das? Die Geschichte über Sie stimmt also, was? Eigentlich nicht, aber es stimmt schon, dass ich in gewisser Weise auf der Suche bin und in gewisser Weise auch auf der Flucht. Ach, wissen Sie, Peter. Die Geschichten gleichen sich nun mal. Meine ist auch nicht besser. Wie sind Sie auf die Geschichte gekommen? Nehmen Sie es mir nicht übel. Aber ich bin hier jede Woche. Es kommen viele Reisende hier rein, ordern einen Drink und suchen ein Gespräch. Was ich Ihnen erzählt habe, ist die Geschichte, die ich von jedem Zweiten von denen höre. Sie sind da leider überhaupt nichts Besonderes. Wer in der Kneipe am Flughafen sitzt, allein, ohne Gepäck, ohne Zeitnot, ohne Menschen, die auf ihn warten oder Menschen, die ihn verabschieden, der ist auf der Suche und auf der Flucht. Sie sind der Standardfall. Der Standardfall? Das klingt ziemlich hart. So habe ich es noch nie betrachtet. Was ist denn Ihre Geschichte? Meine Geschichte? Wenn ich so nachdenke. Man kann es keine Geschichte nennen. Es ist so trivial. Kaum erwähnenswert. Jeder hat eine Geschichte. Also, was ist Ihre? Wenn Sie es wirklich wissen wollen, meine Frau hat mich sitzen lassen. Vor fünf Jahren schon. Oh, ich verstehe. Und seitdem sind Sie auf der Flucht vor sich selbst? Seitdem bin ich auf der Suche nach einer neuen Frau. Nach einer, mit der man Kinder kriegen kann und ein ganz normales, stinklangweiliges Leben führen. So eins wie in den Vorabendserien. Wissen Sie? Tja, ich schätze, es sehen sich viele Menschen nach einem solchen Leben. Darf ich Sie noch etwas anderes fragen? Erzählen Sie mir ein bisschen von sich. Warum sind Sie hier? Was machen Sie hier? Im Moment? Warten. Ansonsten Kommunikationsservices. Ich betreue die Relaisstationen der Satellitensender. Oh, das ist interessant. Sie kümmern sich um die Sendeelektronik. Da kommen Sie sicher ziemlich herum, oder? Oh, ja. Es ist wirklich toll. Im Grunde sehe ich selten etwas anderes als Flugzeugkabinen, Setcars, Hotelzimmer und Schaltkästen. Jeden Tag frage ich mich, warum ich das überhaupt noch mache. Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten müssen? Ich muss immer arbeiten. Ach, kommen Sie. Niemand muss immer arbeiten. Sie werden noch mal frei haben. Ich habe mir alle Sonderschichten geben lassen, die man kriegen kann. Ich sehe zu, dass ich möglichst wenig zu Hause bin. Ich dachte, Sie hassen Ihren Job. Warum machen Sie das dann? Weil mir in meinem verdammten Apartment die Decke auf den Kopf fällt. Keine Frau, kein Kindergeschrei. Niemand ist da. Also was soll ich zu Hause? Da stehen Sie lieber in der Lounge vom Airport, bis Ihr Dienst anfängt. Tja, traurig, was? Ich sehe eben zu, dass ich möglichst wenig in meiner Wohnung bin. Ich hätte noch eine Frage. Wohin fliegen Sie als nächstes? Das ist eine vertrauliche Information. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Vorschrift. Oh, Ihr Job ist geheim, ja? Na, geheim. Wie man's nimmt. Die meisten Aufträge sind ganz normale Routinesachen. Aber heute habe ich eine Spezialprüfung zu machen. Einen kleinen Tipp dürfen Sie mir auch nicht geben. Naja, ich kann Ihnen sagen, dass ich in eine verdammt gefährliche Zone muss. Verdammt weit weg auch. Der Flug dauert ewig. Ich hoffe jedes Mal inständig, dass ich heil wieder zurückkomme. Und wann geht Ihr Flug? Wenn die Kollegen da sind und mir meinen neuen Ausweis gebracht haben. Der Autopilot ist fix und fertig programmiert. Ich muss nur einsteigen. Aber ich habe keinen verdammten Ausweis mehr für das Gate. Haben Sie ihn verloren? Er ist mir geklaut worden. So ein Pech. Wie ist das passiert? Das wollen Sie gar nicht wissen. So schlimm? Eine käufliche hat ihn mir abgenommen. Der klassische K.O.-Tropfen-Trick, wissen Sie? Die Einsamkeit kann einen wirklich ganz schön zum Trottel machen. Ach, eine Prostituierte hat ihren Ausweis geklaut mit K.O.-Tropfen. Nicht so laut. Das ist peinlich genug. Wie hieß denn die Frau? Keine Ahnung. Cindy, Chantal, Rosie, Rita. Eine von diesen typischen falschen Namen. Sagen Sie, Gerald, wo war denn das? Irgendwo in der Lower East-Zeit. Interessant. Ich hätte noch eine Frage. Wer war nochmal Ihr Auftraggeber? Die Cargo Tech Services. Wir betreuen das weltweite Sendenetz von Relaisstationen für die Satellitenübertragung. Vor allem an schwer zugänglichen Stellen, Gebirge, Ozean, Vulkangegenden, Sie wissen schon. Wir sind überall, wo sich sonst keiner hintraut oder wo nur Zeppelinien fliegen können. Darf ich Sie noch etwas anderes fragen? Erzählen Sie mir ein bisschen von sich. Okay, Gerald, bis später. Bis dann. Bis dann. Sir. D Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das Lesegerät hätte gern einen Sicherheitsausweis von mir Gerrards Sicherheitsausweis Ich sollte meine Sachen an einem sicheren Ort lassen Wer weiß, was passiert. Den Schlüssel sollte ich auch nicht mitnehmen. Ich komme nie wieder an meine Sachen, wenn ich ihn verliere oder er mir abgenommen wird. Wer weiß, was passiert. 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 Wer weiß, was passiert.